Ohne meine Physiotherapeutin hätte ich schon ganz oft Schmerzen und vor allem echt Probleme gehabt. Ohne meinen Physiotherapeuten wäre ich schon ein paar Mal ganz schön aufgeschmissen gewesen, denn da wäre ich nicht rechtzeitig und gesund zu meinem Auftritt gekommen. Ohne meinen Physiotherapeuten hätte ich die Dauerbelastung zwischen Nationalmannschaft und Klubsaison niemals verletzungsfrei überstehen können. Ohne ein großartiges Team von Physiotherapeuten könnte ich heute wahrscheinlich nicht so viele schöne Filme, Serien und Werbespots drehen. Deshalb fordern wir die Politik auf, lassen Sie uns den Beruf wieder attraktiver machen. Dazu benötigen wir Abschaffung des Schulgeldes und Einführung des Studiums zum Bachelor Physiotherapie, Erhöhung der Kassensätze und vor allen Dingen Erhöhung der Behandlungszeiten, Abschaffung der Zertifizierung und Einbringung in die Ausbildung. Lieber Herr Spahn, besuchen Sie mich in Bad Iburg in meiner Praxis. Dort kann ich Ihnen Ruhe erklären, wie die Situation für die Basis aussieht. Und nun geht mein Dank an alle Unterstützer und alle, die bisher unterzeichnet haben. Und macht weiter so, denn jede Stimme zählt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.